Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch den ForstTube vor von der Firma ProTube und was der ForstTube ist, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Ja Leute, ich durfte endlich den ForstTube testen und ich bin froh, dass ich dieses Gerät hier testen durfte. Und ja, wer das Gerät jetzt nicht kennt, es ist ein haptisches Upgrade, sage ich mir, für unseren Gunstock. Und das Gerät hier simuliert uns, ja, verschiedene Gewehrarten, die wir in VR benutzen. Und ja, hier fährt dann immer so eine kleine Platte raus, die wir hier sehen. Ich zeige euch das gleich mal in der Demo. Es gibt eine Demo-App, sage ich mal. Da kann man vier verschiedene Gewehre, glaube ich, simulieren. Und da kann ich euch mal zeigen, wie das Ganze hier rausfährt. Und ja, also ich hätte echt nicht gedacht, dass das nochmal so ein richtiger Immersionskick ist. Also das zieht einen nochmal tiefer in VR hinein, wenn ich da, ja, bei Onward oder so durch die Gassen laufe und, ja, schieße. Und das, ja, gibt mir dieses haptische Feedback. Also das ist ein richtig cooles Gefühl, meiner Meinung nach. Und habe ich so nicht erwartet. Klar simuliert es jetzt nicht einen richtigen Rückstoß. Also das wäre auch zu heftig, weil, ja, dann hätten einige hier kaputte Schultern oder blaue Flecken. Von daher ist es schon gut, so wie es jetzt ist. Und Gewicht ist 57 Gramm angegeben. Ich habe es jetzt nicht nachgewogen, muss ich sagen. Aber ich glaube dem Hersteller da. Und ich finde, dass, ja, der ProTube Gunstock, der macht jetzt irgendwie, ja, eine bessere Figur, weil es schwerer ist. Ist ein bisschen realistischer so. Und, ja, ich finde sowieso, so ein Gunstock ist jetzt nicht, um wirklich besser zu werden, sondern ist eigentlich, um die Immersion zu steigern. Und ich bin dann dadurch natürlich beim Nachladen und so weiter, ja, ziemlich langsam oder, was heißt ziemlich langsamer oder langsamer, als wenn ich jetzt gar keinen Gunstock benutze. Klar, mit ein bisschen Übung wird man natürlich besser. Aber ich denke, man wird nie so schnell wie beim, ja, als ob man jetzt gar keinen Gunstock benutzen würde. Und von daher ist es für mich erst erstmal ein, ja, ein Immersionsschub. Mehr ist es nicht. Und es macht so viel Spaß, damit jetzt die ganzen Shooter zu zocken. Und alleine schon, wenn man ganz normal den Gunstock benutzt, ist es schon echt cool, muss ich sagen. Und damit nochmal eine Ecke besser. Montage ist ganz einfach. Wir haben hier nur eine Schraube. Und wir demontieren natürlich erstmal unseren normalen Schulteraufsatz. und, ja, dann kommt einfach das Ding dran. Da muss man sich das hier so anpassen, wie man das am liebsten hätte. Man kann den Gunstock ja beliebig anpassen. Und da ist ein bisschen, ja, Fingerspitzengefühl erforderlich. Und besonders jetzt bei den Quest-Controllern, die ja so ein bisschen gebogen sind, das sind ja so kleine Bananen. Da muss man so ein bisschen, ja, aufpassen. Und deshalb sieht das jetzt alles so ein bisschen airig aus. Aber so gefällt mir das jetzt am besten. Und ich muss meine Hand nicht irgendwie blöd abknicken. Das erstmal dazu. Und das Teil soll vier Stunden Laufzeit haben. Und ich habe eigentlich so gut wie selten vier Stunden am Stück gespielt. Von daher ist es komplett in Ordnung. Wir haben hier eine USB-C-Buchse zum Aufladen. Das funktioniert auch ganz gut und relativ schnell. Ich habe jetzt noch keine richtigen Tests gemacht, wie lange das jetzt dauert, wenn er voll entladen ist und so weiter. Aber, also, es ist echt schnell aufgeladen, muss ich sagen. Hier haben wir den Koppelmodus, also um Bluetooth, ja, zu starten. Hier können wir auch auf lange, wenn wir lange hier draufdrücken, schalten wir das ganze Gerät aus nach Benutzung. Und, ja, wenn wir einmal kurz draufdrücken, ist das Ding aktiv und wir können, ja, uns mit dem PC verbinden. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt im Video. Als erstes müssen wir sicherstellen, dass wir entweder den mitgelieferten Bluetooth-Dongle in den PC eingesteckt haben oder ja einen anderen Bluetooth-Empfänger nutzt, wie ich hier zum Beispiel den vom Mainboard. Als nächstes bringen wir erstmal den Forst-Tube in den Koppelmodus. Dazu drücken wir einmal das rote Protopio-Logo an der Seite. Jetzt sehen wir hier an der grünen LED, dass der Forst-Tube sich im Koppelmodus befindet. Als nächstes drücken wir auf Bluetooth oder anderes Gerät hinzufügen. Dann ganz oben auf Bluetooth drücken mit der linken Maustaste. Jetzt werden die Geräte gesucht. Und hier sehen wir einmal Forst-Tube VR. Auch mit Links bestätigen. Die Verbindung wird hergestellt. Das Gerät wird gerade eingerichtet. Jetzt müssen wir ein klein wenig warten. Und schon ist der Forst-Tube einsatzbereit. Ja, wenn wir an den Punkt angelangt sind, haben wir den Forst-Tube mit dem PC verbunden und können unsere VR-Games damit zocken. Und das Einzige, was man machen muss bei Pavlov, Onward und so weiter, man geht in die Optionen und bei Onward war es, glaube ich, unter Haptic. Und da ist dann aufgelistet Bi-Haptic-Weste und Forst-Tube. Und da setzt man einfach ein Häkchen, schließt das Ganze wieder und dann sollte es aktiv sein. Wenn nicht aktiv ist, dann einfach Onward nochmal neu starten. Und wenn man es neu startet und der ist hier aktiv, dann startet Onward und dann vibriert das Ganze hier auch. Und das ist bei Pavlov auch so. Und damit weiß man, okay, das Spiel hat das Ding hier erkannt und wird auch funktionieren. Und ja, bei Pavlov war es auch einfach unter den Optionen Forst-Tube, Häkchen setzen, fertig. Also es ist ganz einfach und dann funktioniert das auch echt super. Was bei mir jetzt nicht so gut funktionierte, wenn ich diese Companion-App auf hatte, hatte ich so ein bisschen reingefunkt und dann funktionierte das schon mal nicht. Als ich die Companion-App aber geschlossen habe, war wieder alles gut und funktionierte dann wieder einwandfrei. Und mit der Companion-App kann man Spiele auch benutzen mit dem Forst-Tube, die es eigentlich nicht unterstützen, wie erzählt eben schon. Da wird dann die Soundspur, glaube ich, abgegriffen und die Sound-Events, die dann da stattfinden. Und dann ist aber bei jedem Schuss, den man hört, fährt das Ding hier auch raus und machte keinen Spaß. Also macht für mich keinen Sinn, das so zu nutzen. Aber wie eben schon erwähnt, die wichtigsten Spiele sind da ja auch unterstützt. So Leute, dann zeige ich euch jetzt erstmal, wo man die Companion-App findet. Und zwar gehen wir dafür auf die Pro-Tube-Seite und gehen dann einfach auf Forst-Tube-Gunstock und gehen ganz runter. Und hier haben wir nochmal die Spiele, die schon jetzt unterstützt werden. Und ja, also es sind schon die wichtigsten. Das sagt mir hier eigentlich gar nichts. Und die anderen, das sagt mir jetzt auch nicht wirklich was, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich kenne die Abkürzung jetzt nicht. Und ja, damit sind wir eigentlich schon gut abgedeckt, glaube ich. Das sind die besten Shooter, die es für VR gibt. Und ja, hier können wir uns die App runterladen. Das habe ich schon gemacht. Und ich zeige euch die jetzt mal. So, hier haben wir die Companion-App. Und ja, hier können wir dann nochmal aktivieren, wenn das Spiel das nicht unterstützt. Und dann ist das das mit dieser Sound-Spur, die dann da abgegriffen wird. Und hier haben wir nochmal so Einstellungen, wie wir was haben wollen. Da können wir nochmal ein bisschen Power drauf geben. Wie gesagt, da ich aber Probleme mit der App hatte, habe ich die geschlossen. Und danach funktionierte das wunderbar bei mir. Aber für mich war die jetzt wichtig für die Demo-Funktion. Und ja, hier haben wir fünf Gewehre, sage ich mal, Sniper, P90, die M16, PKM und eine Lasergun. Und ja, das zeige ich euch gleich mal, wie das Ganze so funktioniert. Und ja, wer jetzt schon sagt, oh cool, den ProTube. Gunstock möchte ich mir holen mit dem Forstube. Ja, wer jetzt gar nichts hat, der muss wirklich das Komplettpaket kaufen. Der ist dann bei 528 Euro, ist natürlich sehr, sehr viel Geld, muss ich sagen. Und wer aber schon Gunstock hat und braucht jetzt nur das Forstube-Modul, der kann das hier kaufen, ist sogar momentan im Angebot. Minus 10 Prozent, kostet 322,92. Und ja, so kann er dann seinen Gunstock upgraden und hat dann schon alles drin, was er braucht. Gut, hier gibt es noch einen B-Pod, was ich sehr witzig finde, wenn man wirklich Snipern will oder so. Ist natürlich auch nochmal cool. Ja, hier sind die schon bereits vorgestellten ProStraps. Die sind natürlich auch sehr genial für den Gunstock, muss ich sagen. Also die machen echt Sinn beim Gunstock. Und ja, wer sich da irgendwas von holen will, kann das gerne tun. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das unter den Affiliate-Link machen, der unten in der Beschreibung ist. Ich habe von ProTube einen Affiliate-Link bekommen. Und ja, wenn ihr da vorher draufklickt, eure Bestellung macht, dann kriege ich eine kleine Provision und ihr zahlt nichts mehr. Und ja, ProTube sieht dann auch, wie wichtig eventuell meine Videos für die war. Und dann kann ich euch in Zukunft weitere Produkte von ProTube vorstellen. Und ja, das ist uns, glaube ich, allen mitgeholfen. Also eine Win-Win-Situation, sage ich mal. Ja, Leute, jetzt würde ich einfach sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück. Und dann zeige ich euch die Demo-Version. Und ich mache die jetzt mal hier schon mal auf. So, jetzt seht ihr mich nicht mehr. Und hier kann ich jetzt quasi unsere Sachen simulieren. Und ich halte das jetzt mal so, dass ihr das dann auch wirklich seht, was da passiert. Und ja, jetzt machen wir mal einen Sniper-Schuss. Wenn ich draufdrücke, hält der dann? Nee, hält der nicht. Okay, und jetzt die P90. Das ist ein Schnellfeuergewehr, sage ich mal. Dann haben wir hier die M16. Die gibt dann immer so kleine Feuerstöße raus. Die PKM. Und dann haben wir hier nochmal eine Lasergun. Und dann vibriert da einfach, der kommt nichts raus. Sondern der vibriert nur. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich denke mal schon. Ja, es ist eigentlich, das war eigentlich schon alles zu dem, zu der Demo-Version hier. Und ja, man muss einfach sagen, es ist ein cooles Gefühl, wenn man wirklich schießt. Und genau das passiert dann da. Und ja, ich kann das Teil nur empfehlen. Ich kann aber auch Leute verstehen, die sagen, das ist mir echt zu teuer. Kaufe ich mir nicht oder kann ich mir nicht leisten. Es ist wirklich was für VR-Bekloppte. Das muss man einfach sagen. Also positiv bekloppt. Und ja, also ich würde mir das genau wie die Bi-Haptics-Weste, wo ich sage, das ist ein richtig cooles Stück Hardware. Genau wie das hier. Würde ich es mir auch nicht holen, weil es mir momentan einfach zu teuer ist. Es gibt die finanzielle Situation auch nicht her. Und ja, wer aber echt nicht aufs Geld achten muss und spielt gerne Shooter, hat eh einen Gunstock. Der sollte sich das Teil hier echt holen. Also echt genial. Und ich glaube, in Kombination mit der Bi-Haptics-Weste, die ich leider jetzt schon zurück zum Andy-Man gegeben habe, ist das nochmal eine Ecke besser. Also wenn man da mit Onward spielt, mit der Bi-Haptics-Weste, mit dem Force-Tube-Modul. Also ich glaube, da ist man richtig gut aufgestellt, sage ich mal. Und hat da mit Sicherheit richtig Spaß. Also teuer ja, empfehlenswert trotzdem ja. Also sollte man sich echt überlegen, wenn man wirklich das Geld investieren kann. Und wie schon gesagt, VR verrückt bekloppt ist, dann lohnt sich der Kauf auf jeden Fall. Ja Leute, wenn euch das Video hier gefallen hat und ihr sagt, boah, echt cool, was ProTube da macht. Ich möchte mir da was holen. Wie schon erwähnt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr meinen F-Late-Link da unten benutzt von der Firma ProTube. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auf ein Abo freuen. Das würde mir echt weiterhelfen. Like nicht vergessen. Also es wird oft vergessen. Aber ja, wenn ihr jetzt an dem Punkt angelangt seid und euch das Video gefallen hat, dann einmal Like-Button drücken, Abo-Button und die Glocke aktivieren. Und ja, dann wären wir schon am Ende, würde ich sagen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020